Bekommen wir den Preisnachlass an der Börse oder marschiert der Kurs direkt weiter nach oben? Aktuell ganz gute Nachrichten, denn offensichtlich ist das bullische Bild nach wie vor existent. Wir haben hier den Nasdaq. Damit fangen wir mal an. Der E-Mini Nasdaq Future zeigt, dass die Marktteilnehmer weiterhin auf Bullisch unterwegs sind. Wir hatten hier ein potenzielles Widerstandsniveau. Gestern haben wir darüber gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr die Aufzeichnung von gestern noch so halbwegs im Blick habt. Da habe ich gesagt, hier ist ein Angebot für Gewinnmitnahmen. Vorsichtig, das ist ein Angebot und wir sollten gucken, ob die Marktteilnehmer sagen, Gott sei Dank, wir sind da endlich raus oder ob die Marktteilnehmer sagen, wir werden Teufel tun, wir bleiben da tapfer drin. Im Gegenteil, wir kaufen noch. Offensichtlich ist es eher das Letztere, denn ich hatte drei Szenarien angesprochen, die ich mir vorstellen kann an der Stelle. Szenario 1 ist das, das können wir schon mal komplett ausschließen. Szenario 2 wäre auch Bullisch, wäre einfach eine Pause in der Aufwärtsbewegung ungefähr hier. Man hätte gesagt, so ein bisschen mal anhalten wegen Widerstand, also möglichen Widerstand, den wir da eben haben. Und danach kann es dann weitergehen. Und das Bullischste Szenario ist, wenn die Marktteilnehmer sagen, war was? Haben wir nicht gesehen. Und genau das ist passiert. Diese Marken, die sollten wir uns generell merken. Das sind Projektionsmarken, in dem Fall mit Fibonacci. Das könnten auch horizontale Widerstands- und Unterstützungslevels sein. Da könnt ihr ganz viele nehmen. Einige mögen das mit 200 Tagelinien. Das ist nicht gesagt, dass der Markt dort an der Stelle was tut. Aber es ist ziemlich wichtig festzustellen, diese Marken sehen viele Marktteilnehmer. Und die Reaktion, ob sie diese wahrnehmen oder ignorieren, die ist eine Aussage. In dem Fall eine sehr bullische, weil trotz des Angebots, also wenn ihr wöltet, könntet ihr jetzt drehen und nochmal nach unten gehen. Wir haben hier ein klassisches Ziel erreicht. Da haben die Marktteilnehmer gesagt, wen interessiert es nicht mit mir? Wir marschieren hier weiter nach oben. Also insofern können wir schon ein bisschen aufräumen. Eigentlich das Thema ist mehr oder weniger erst mal durch. Und die Marktteilnehmer haben gezeigt, nee, komm, lass uns ruhig mal ein bisschen weitermachen. Wir sind immer noch auf der bullischen Linie. Trotz alledem würde ich damit rechnen, dass wir früher oder später wieder Korrekturen kriegen. Viele sagen jetzt ja, dann soll ich dann hier einsteigen an der Stelle. Ich glaube, das war sogar ein Kommentar zu einem meiner letzten Videos. Kann aber auch ein älteres Video sein. Weil ich immer wieder mal sage, natürlich kann man einfach da einsteigen. Und da hat jemand geschrieben, ja, wäre besser gewesen, wenn man das getan hat oder hätte. Ich würde das ganz anders formulieren. Das ist eine ziemlich, aus Händlersicht, aus meiner Sicht eine ziemlich schlechte Aussage. Es wäre besser gewesen, wenn man es getan hätte. Im Einzelfall mag das der Fall sein. Aber bitte, bitte vergesst nicht, Börse lebt nicht von Einzelfällen, sondern von Massenphänomen. Und das ist so ähnlich gut die Aussage. Ich formuliere es mal so höflich oder sinnvoll die Aussage, wie wenn man sagt, naja, in die Nebelbank hätte ich auch mit Tempo 200 einfach durchfahren können, wäre viel besser gewesen. Ja, in Einzelfällen ist das so. Aber wenn in einem von 20 Fällen ich dann einen tödlichen Unfall habe, dann ist das auf Sicht keine gute Strategie, die man dadurch vollziehen sollte. Und ähnlich ist es eben hier an den Märkten. Es wird regelmäßig so sein, dass man durchaus auch noch an dem höchsten Punkt einsteigen kann und der Kurs für eine gewisse Zeit lang weiterläuft. Aber das Problem ist, wie ist dann mein Risikomanagement? Welche Menge kann ich dann handeln? Das ist etwas, was viele gar nicht auf dem Radar haben, sondern sagen, na, ich kaufe halt einfach irgendwie. Aber das ist eigentlich kein richtiges, kein, naja, wie man sagen würde, professionelles Risikomanagement. Und das führt dann leider dazu, dass man zwischendurch wahnsinnige Erfolge hat und zwischendurch immer wieder komplett pleite geht. Weil dann kommen hin und wieder mal die Fälle, wo es, ja, da war dann doch ein Stau im Nebel, in der Nebelbank. Sprich, dann ist man da eingestiegen und kurze Zeit später ist das passiert und man hat dann kein ordentliches Risikomanagement gehabt und ist dann eben rausgeflogen. Deshalb, ich warne davor. Ich will nicht sagen, dass das in jedem Einzelfall die bessere Lösung ist. Häufig ist es auch in Einzelfällen die bessere Lösung. Aber als Marktteilnehmer müsst ihr eben mit den Risiken operieren, denn es nützt auch nichts, wenn man alle fünf Jahre lang sein Konto geschrottet hat oder das Haus dann weg ist, weil man nachschusspflichtig ist, falls man entsprechend unterwegs ist. Also insofern überlegt euch vorsichtig, was ihr hier tut. Natürlich ist es euch immer freigestellt, wie ihr euch selber entscheidet und ob ihr sagt, ist mir jetzt völlig egal, ich mache das einfach, wird schon gut gehen. Allerdings eine professionelle Sichtweise ist es aus meiner Sicht nicht und ich versuche ja hier so ein bisschen zu zeigen, wie man das aus professioneller Sicht eben tut. Wohlweislich, dass das unter Umständen für die Performance in vielen Fällen auch mal nachteilig sein kann, aber die Situation eben ein bisschen stabilisiert. So, also das war mal der Hinweis dazu. Lieben Dank auch dafür das Feedback. Ich freue mich immer über verschiedene Feedbacks, weil das zeigt mir immer wieder, welche Themen man vielleicht noch mal ansprechen will und ich möchte nicht, dass das verstanden wird, so von oben herab, so von wegen, ah, ihr macht das alle falsch. Ich möchte aber, dass ihr versteht, wo Probleme entstehen und wenn ihr sagt, mit den Problemen kann ich leben, das ist für mich völlig in Ordnung, ich habe das so gestaltet bei mir, dass das für mich völlig in Ordnung wäre, wenn ich dann mal einen Verlust mache, dann ist das natürlich auch völlig okay. Aber ihr müsst euch dessen bewusst sein. Das ist mir ganz wichtig. So, was sehe ich jetzt hier? Wir sind ja relativ stark unterwegs und ich würde mir jetzt eigentlich vorstellen, nachdem wir hier jetzt dreiwellig unterwegs sind und ja schon angefangen haben, ein bisschen zu überschießen, dieses 1 zu 1 Niveau, wir sind noch nicht richtig weit weg von der Marke. Jetzt habe ich es ja blöderweise rausgelöscht. Ich kann es ja noch mal vereinfacht, ganz kurz reinmachen, tiefster Punkt, höchster Punkt, tiefster Punkt. Also ihr seht, das war die Marke. Wir haben schon ein bisschen überschossen. Jetzt ist das noch nicht ein zwingender Beweis, dass der Kurs jetzt kilometerweit läuft. Dieses Szenario ist immer noch möglich, aber es wird immer weniger wahrscheinlich. Also je höher dieses hier noch weggeht von dieser gelben Linie, das ist diese 1 zu 1 Projektion, hier beim Future 15.641, in etwa. Ihr könnt aber notfalls mit Zeigefinger, Daumen, wenn ihr das nicht sicher wisst, könnt ihr auf eurem Chart diese Strecke und diese vergleichen und je weiter es von dieser gleichen Größe weggeht, desto weniger wahrscheinlich wird das. Also man könnte das, wenn man es könnte, immer blasser machen und sagen, okay, die Chance dafür, dass das passiert, ist immer noch da, aber es ist ein weitaus, vielleicht sogar noch blasser, ein weitaus weniger typisches Szenario aktuell. Man kann es sich also noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, aber je höher, desto blasser sind die Wahrscheinlichkeiten für dieses Szenario. Das Schöne ist, es gibt einen Hinweisgeber, der uns notfalls warnt vor diesem oder der uns bestätigt, dass es weiter auf dem Weg nach oben ist und das ist das Abwärtsverhalten. Im Moment geht es nach oben, da haben wir kein Abwärtsverhalten, also brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, aber wenn der Kurs runterkommt, können wir gucken, ob das auf eine dreiwellige oder korrektive Art ist. Dreiwellig ist häufig eben irgendwie sowas oder wenn ihr sagt, na, das hätte ich gar nicht dreiwellig gesehen, da hätte ich jetzt so gesagt, auch gut, aber dann sind wir so viel Überschneidung, dass das ebenfalls korrektiv ist und das passt dann, hier ist es wohl eher tatsächlich ein dreiwelliges Verhalten, ich mache den mal weg, also korrektiv und dementsprechend haben wir dann Hinweise dafür, dass es im Anschluss, wenn diese Zwischenhochs durchstoßen werden, wohl eher nochmal nach oben geht. Also insofern, ich bin im Moment guten Mutes, Rücksetzer fände ich kein Drama, wenn sie von der Größe nicht zu groß sind. Als grobe Orientierung könnt ihr so diese letzte Korrektur hier nehmen, einfach mal, dass man so ein Gefühl hat, was wäre denn völlig dramalos, kann man mal messen, auch hier könnt ihr vereinfacht, Zeigefinger Daumen machen, das wäre dann ungefähr wieder bis hier, fast bis auf die Marke, das heißt idealerweise, machen wir die noch mal weg hier, idealerweise, Rücksetzer ist schon okay, aber ich möchte idealerweise eigentlich nicht mehr, dass wir hiermit überschneiden, das ist die letzte Hochmarke gewesen, die war am 5. Juli 16 Uhr irgendwann, am Nachmittag, da möchte ich eigentlich nicht mehr, dass wir drunter gehen aktuell, also wenn runter, oberhalb dieser Marke bleiben und idealerweise möglichst korrektiv, ich werde ein bisschen nervös, wenn das Ganze sehr schnell geht, wenn es dann auch noch wackelig hoch geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass bei Bruch dieser Zwischentiefmarken sowas passiert und dann sind wir eben überlappend und dann wird dann so ein Szenario vielleicht doch wieder relevant. Also achtet ein bisschen auf die Art und Weise, man könnte sagen, achtet auf den Ton, denn der macht die Musik hier in dem Fall, alles was korrektiv runter geht, sind Kaufangebote nochmal günstig reinzukommen, nur wenn es steil runter geht, selbst wenn es steil runter geht, also ein bisschen steil ist schon okay, weil so eine ABC in dieser Größenordnung ist natürlich gut, also weiß ich ja nicht, so ähnlich wie das, was wir da haben so ungefähr, da muss man nicht in Sorge geraten, aber wenn ihr anhand der Größen abschätzen könnt, dass nach der ersten Bewegung und dieser Pause, wie weit bei dem Bruch, oder ich mache es nochmal ein bisschen, ein bisschen kürzer sogar, wenn ich diese Länge habe und dann kriege ich eine ABC, was wäre meine Erwartung, wie tief es geht, wenn wir hier durchgehen, viele von euch wissen, diese Länge nochmal, wenn ich die hier anlege, dann weiß ich an der Stelle schon, dass wir wohl die grüne Marke durchstoßen, das heißt, ich kann an der Stelle schon entscheiden, ja, dann gehe ich lieber jetzt raus, also insofern habt ihr hier viele Zusatzinformationen, die ihr im Laufe des Nachmittags oder der nächsten Tage bekämpft, wenn wir hier einigermaßen steil auf dem Weg nach unten sind, achtet also drauf, ob der zweite Teil unter diese Marke geht, also unter diese hier, nicht zwingend jetzt die grüne Marke, das ist nur eine Größenordnung, aber diese Marke im bullischen Bild, die möchte ich nicht mehr durchschritten haben, denn dann hätten wir Kursüberschneidung, dann würde das im Prinzip irgendwie so aussehen und dann muss ich sagen, okay, das sieht nach dem Ende einer Bewegung aus und dass danach eine größere Korrektur kommt, denn überschneidend in Trendrichtungen, also ähnlich große Korrekturen überschneidend, sind meistens kein sehr gutes Zeichen, achtet also drauf, dass wenn runter, kleinere Korrekturen oder überschneidungsfreie Korrekturen stattfinden. Vorläufig müssen wir nicht drüber reden, das ist nur, damit ihr ungefähr euch orientieren könnt, falls ihr Long seid, wir haben ja über mehrere Einstiegsvarianten gesprochen, hier in dem Fall, wenn ihr Long seid, wie geht ihr mit Stops um beispielsweise, ihr könnt natürlich auch sagen, aber das Wochenende will ich nicht halten, dann könnte man überlegen, ob man hier irgendeinen Trailingmechanismus mitnimmt und sagt, okay, jetzt im Moment vier Stunden schadet, wobei das Wochenende naht, da kann man sich dann gegen Ende des Tages überlegen, ob man dann sagt, ich gehe auf eine kürzere Zeitebene hier runter, zum Beispiel fünf Minuten, 15 Minuten ist vielleicht ein bisschen praktikabler, gehe ich dann und ziehe dann entsprechend nach, wenn das in die Abendstunden reingeht, um dann möglichst dicht am Hoch drin zu bleiben und dann eben zu schließen, falls ihr vor dem Wochenende schließen wollt. Das hängt natürlich auch ein bisschen von eurer Risikostrategie ab, ob ihr eine verhältnismäßig große Position für euer Konto habt, dann ist natürlich, falls ein negatives Gap passiert, das ist eventuell für das Konto nicht so toll, wenn dann da irgendwie was passiert, kann es teuer werden. Wenn ihr eine vernünftige, kleine Position habt, sehe ich jetzt nicht zwingend, dass man über das Wochenende schließen muss, denn aktuell sieht das Bild ja bullisch aus und kleinere Rücksetzer wären völlig in Ordnung und die Erwartungshaltung ist eigentlich weiter nach oben gerichtet. Wie sieht es beim S&P aus? Grundsätzlich genauso. Da müssen wir nicht groß anders unterwegs sein. Wir können mal einmal im 4-Stunden-Chart, nur dass wir es mal verglichen haben, schauen wie hier so die erste Anstiegsbewegung, die relativ weite Rücksetzerbewegung. Auch hier haben wir scheinbar das Interesse, diese 1 zu 1 Projektion nach oben zu verlassen. Es gilt also im Wesentlichen das Gleiche wie beim Nasdaq. Also die Überlegungen, die wir da haben, könnt ihr hier mehr oder weniger parallel anstellen. Beim Nasdaq finde ich das Bild ein bisschen sauberer, ein bisschen schöner, aber beim S&P gilt das ähnlich. Ja, schade, was wir beim Dow Jones haben, Dow Jones Future jetzt hier namentlich. Da haben wir, das können wir mal wegmachen hier, ja eigentlich darauf gehofft und das wäre durchaus typisch gewesen. Und dann seht ihr, es passiert nicht immer, das habe ich gestern ziemlich breit auch erklärt, nicht immer das, was typisch ist, aber das wäre das Praktischste, weil dann hätten wir sagen können, komm, da gehen wir dann auf jeden Fall long und versuchen da eben reinzukommen. Klar, den Born Bar, den kann man handeln, dann wäre man schon im Target oder hätte zumindest mal seine Position eröffnet, aber hier eigentlich diesen Rücksetzer, das wäre das, was ich am liebsten gehabt hätte, um dann später hier an der Stelle eben long zu gehen. Den hier haben wir nicht genutzt, weil wir nicht tief genug zurückgefallen sind. Jetzt kann man sagen, ja, schön blöd, na, das mag sein, aber wir halten uns eben an unsere Regeln, wir müssen das sogar, aber die wir für uns festgeschrieben haben, natürlich, das ist klar, aber das kann eben auch passieren, was nicht bedeutet, dass wir jetzt überhaupt gar keine Chance mehr haben, hier reinzukommen. Es besteht ja noch die Chance, wenn jetzt im Nachgang wieder mal eine kleinere Pause passiert, dass wir da eben rein können. Und das ist etwas, machen wir mal hier die alte Skizze weg, das war glaube ich noch das Pandor hierzu, ah ja genau, das war hier im Nahkampf-Chart, das, was wir uns hier angeguckt hatten. Das ist der Anstieg, hier diese beiden 4-Stunden-Kerzen, die da jetzt so tapfer nach oben marschieren. Das Prinzip bleibt das gleiche. Wir haben jetzt hier so 1, 2, 3, 4 und hier hinten vielleicht 5, vielleicht, das ist jetzt nur eine Frage, kriegen wir hier jetzt eine Pause, wenn diese Pause auch nur näherungsweise, also das war mir zu weit weg hier, aber früher oder später wird es wieder mal eine Pause geben, die da hinkommt. Das heißt, falls wir in den nächsten vielleicht Stunden oder vielen Minuten oder vielleicht auch am Montag erst so einen Rücksetzer bekommen, der uns hier in diese Zone eben wieder reinbringt, dann hätten wir hier unsere nächsten Möglichkeiten, da auf der Long-Seite uns wieder triggern zu lassen, oder wir sehen irgendwie was hier, ein Umkehrsignal, ob das dann so ein Wormbar ist oder ob das ein Hammer ist, ob ihr vielleicht irgendein anderes Prinzip da noch habt oder vielleicht können wir dann hier ein Cluster machen. Hier hatten wir ja auch ein Cluster, das ist immer ein ganz gutes Zeichen, in verschiedenen Marken, das hatten wir gestern intensiv besprochen, schaut euch das notfalls nochmal an. Wenn das da ist, dann hätte man hier vielleicht auch noch da unten eine Möglichkeit einzusteigen. Also insofern auch hier das Bild generell bullisch eingestellt. Das sollte euch nicht überraschen. Wir haben im langfristigen ja das bullische Szenario nach wie vor. Es gibt nichts, was im Moment dagegen spricht. Das heißt nicht, dass der Kurs auf der Hacke drehen kann und umdreht, aber es gibt null Anzeichen dafür und deshalb so wichtig, wisst, wo ihr eure Stops platziert, ob ihr euch für die engeren Varianten, über die wir gesprochen haben oder die weiteren Varianten, die ich ja ganz häufig schon erwähnt habe. Wir erinnern uns hier jetzt die 33.000, hier jetzt in diesem Bild sogar die 33.000, das haben wir gesagt, 50, so 100 oder 50 hier in etwa auf Tagesebene mit vielleicht schon Chance, dass wir bald schon ein bisschen nachziehen können. Aber mal gucken, aber ich sage mal, alles oberhalb der 33.000 ist, auch wenn uns so ein Rücksetzer jetzt nicht so toll vorkäme, aber kein Killer für den Bullenmarkt. Also insofern noch erstmal alles okay. Ja, gute Voraussetzungen in Amerika. Wie sieht es denn beim DAX aus vor dem Wochenende? Der DAX, da warten wir ja auf die Pause. Ich habe es ja schon auch gestern angedeutet, vielleicht, also den brauchen wir eigentlich nicht mehr, weiß gar nicht mehr, warum wir den hatten hier noch drin. Den hier hatten wir gestern, glaube ich, auch mal eingezeichnet. Das ist jetzt hier der DAX Index. Das ist das letzte Zwischenhoch von Anfang Juli. Okay, das ist quasi hier so eine Art Angebot an die Marktteilnehmer. Wollt ihr drehen? Wollt ihr Gewinne mitnehmen? Wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr? Weil der Anstieg aber so stark ist und noch nicht dreiwellig, ist meine Vermutung, dass als nächstes eher was Korrektives hier kommt. Ob das jetzt an der Linie kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wir haben es beim DAO gesehen, der hat ja, oder bei den anderen, die haben ja auch überschossen, insbesondere Nasdaq oder sowas. Die haben ja auch überschossen. Also es ist gar nicht gesagt, dass das jetzt zwingend hier dreht. Also ich würde nicht hier automatisch short gehen. Also ich will ja überhaupt nicht short gehen hier im Moment, sondern im Moment, wer schon long ist, muss seine Stop so machen, dass er so einen Rücksetzer überleben kann. Und wir erinnern uns, Rücksetzer, normale Größe, geht bis in diesen Bereich rein. Der Stop muss also tiefer liegen. Beim Index wäre das jetzt also 630 oder was weiß ich was, in etwa als Stop-Marke, die weit weg ist, keine Frage. Aber um eben, also 15.615 jetzt hier so ungefähr, das wäre in etwa eine Marke, die alle Rücksetzer dieser Art, klassischer Art, überleben würde. Und wenn es dann weiter geht, ist alles super. Wenn ihr sagt, das ist mir zu weit weg, dann braucht ihr natürlich was Engeres. Dann müsstet ihr zum Beispiel mit einem Supertrend oder Parabolik hinterherziehen. Und dann seht ihr schon, vielleicht ist das eine Stufe zu weit, weil das Doofe ist, also wenn ich jetzt einen Parabolik nehme, der jetzt hier liegt, der ist extrem unangenehm im Moment, der Stop. Warum? Weil wenn der Kurs jetzt so runterkommt, werden wir hier ausgestoppt, dann sagen wir, ja super, wir sind hier in unserer Lieblingsbox und dann drehen wir um und wir sind am tiefsten Punkt ausgestoppt. Also entweder müssen wir hier unten stoppen, dass wir diese Kiste überleben oder wir müssen weiter oben stoppen, damit wir diesen Rückgang gar nicht mehr miterleben. Aber da ist er jetzt im Prinzip sehr unpraktisch, denn wenn das jetzt passiert, dann ist die Chance, dass wir in der Nähe des Tiefpunkts hier ausgestoppt werden, relativ groß. Also insofern brauche ich entweder einen weiten Stop, 78er Marke, hier wie beschrieben eben gerade, oder eben eine Stufe enger als das, was wir hier haben. Also vielleicht nicht im 4-Stunden-Chart, vielleicht brauchen wir dann einen im 15-Minuten-Chart. Wir können ja mal gucken, wie der aussieht. 5 Minuten ist vielleicht ein bisschen arg eng. Gucken wir mal sowas. Also vor allen Dingen für diejenigen, die dann zum Beispiel vor so einem Wochenende das nicht mehr so arg weghaben wollen, dann sehen wir, oh, 15 Minuten ist viel zu eng. Ihr seht, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Der wäre ja schon die ganze Zeit rausgeflogen. Also wenn ich jetzt überlege, soll ich den Stop nehmen? Der ist zu eng. Also der wäre jetzt höchstens für die letzten paar Stunden heute Abend noch interessant, wenn ihr sagt, okay, ich will auf jeden Fall schließen, aber so viel wie es geht bis zum Schlusskurs noch mitnehmen, okay, dann könnte man das machen. Aber ansonsten gehen wir mal auf den Stunden-Chart und gucken wir mal, wie es da ist. Das ist übrigens ein Prozess, den machen wir auch so. Wir gucken, welcher Stop ist denn geeignet für das, was wir wollen. Der ist einigermaßen eng. Zugegeben, der wäre hier schon ausgestoppt. Also das ist nicht schlimm grundsätzlich, wenn wir ihn jetzt nach dieser Art hinlegen wollen, also wenn ich jetzt nach dem Stop suche, aber dann wäre mir der hier tatsächlich noch zu eng. Gucken wir mal, was der Parabolik macht. Entschuldigung, der Supertrend macht und der macht einen besseren Eindruck. Dann läge der Stop hier bei 16.068. Finde ich okay. Es geht mir nicht um exakt diesen Wert. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, bei mir in der Software, ich habe auch einen super Trend, aber die Werte sind hier leicht anders. Es kommt nicht darauf an, dass diese Werte super sind. Die Geheimtipp-Werte für viel Geld und ich sage es euch kostenfrei. Das ist nicht das Thema, sondern es geht darum, was will ich denn? Und dieser Indikator hat diesen Trend bisher gut abgebildet. Das ist doch genau, was ich will. Das heißt, wenn ihr einen Indikator ähnlich einstellt, dass es so ungefähr so aussieht, dann habt ihr im Einzelnen mal ein besseres Ergebnis und im Einzelnen mal ein schlechteres Ergebnis. Aber ihr erinnert euch, am Anfang des Videos habe ich euch gesagt, Traden geht nie um Einzelergebnisse. Traden ist immer das Zusammenfassen von vielen Ergebnissen, die in der Summe positiv sein müssen. Das ist eine der größten Schwierigkeiten, die man gerade als Einsteiger oder eben nicht so erfahrener Händler eben hat, weil man dann den Fokus immer drauf legt, ich muss den nächsten Trade optimal machen. Dann geht das los mit Überoptimierung, dann geht das los mit stundenlang Zeit in einen Trade investieren, statt dass man sagt, okay, ich mache dann eben drei, vier, fünf Trades, die sich vielleicht sogar noch gegenseitig ein bisschen abhetschen, also ein bisschen absichern sozusagen. Das halte ich für den besseren Weg. Aber denkt selber ein bisschen nach, was für euch der richtige Weg zu sein scheint. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ein wunderschönes Wochenende, beste Ergebnisse noch vorher, anschließend eine gute Erholung und nächste Woche sehen wir uns ja schon wieder. Bis dahin macht's gut und liebe Grüße.